Wohnen und erholen in einem gesunden Wohlfühlklima. Ein neues Wärmemanagement macht's möglich. Der Bauherr, wir und die einbauende Firma Meier Hausinstallation aus Nieski, möchte Ihnen das intelligente System bei einem Bauherreninformationstag vorstellen. Wir laden Sie dazu am Sonnabend, den 10. März von 9 bis 16 Uhr nach Weikersdorf auf den Türmerhof Hauptstraße 38 ein. Auf dem Gelände der Alpaka- und Känguru-Ferienfarm erwartet Sie die ehemalige Scheune des Dreiseitenhofes, die seit Juni 2010 liebevoll zur Ferienwohnung und einen Multifunktionsraum um- und ausgebaut wurde. Zwei Ferienwohnungen können hier besichtigt und das Römertherm-Ganzjahresklima erlebt werden. Im ganzen Objekt wird mit dem Römertherm-System über Wände und Böden geheizt. Die dazu notwendige geringfügige Erwärmung des Heizwassers übernimmt eine Pellet-Heizung. Unterschiedliche Verlegmuster, Formate und Farben aus keramischen Fliesen können durch Sie entdeckt werden. Kompetente Gesprächspartner der Firma Meier Hausinstallationen und von Fliesenlehmann stellen sich ihren Fragen. Und übrigens, auch für Kinder gibt es viel zu entdecken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017